Das muss noch... Eigentlich kann die von mir aus auch ein Auto gestohlen haben, ist mir doch egal, wenn die noch ordentlich tickt. Da wird's doch echt interessant. Das ist doch geil, wenn die Autos klauen können. Wollen wir schon mal mit Lambo auf Arbeit fahren? Genau, Schatzi! Binnen 15 Minuten zurück, hab wohl es eingesehen. Nein! Ja, Lukas, wo bist du jetzt? Wird mich auch mal interessieren. Mich auch. Nein, ich bin hinter den Angers. Boah, ist ja auch gleich vorbei. Aber Leute, ihr wisst, wie es ist, wenn man immer die richtige Frau gefunden hat. Dann ist auch egal, dass sie einen an der Gletscher hat. Ja. Ach sowieso. Man, wer hat keinen an der Gletscher? Ne, das sind alle das andere... Dann sind ja alle anderen egal. Ves... Ein bisschen. Ihr hört's doch in den letzten 10 Minuten völlig Dance-Es war Ged proponer Ab equations! Also eh, also mein Psychiater hat sich doch nicht selber erschossen. Als ich mit ihm geredet hab! Ah ja, und ich hab ein ho... extrem hohen Inkompetenzquotienten, ne? Was? Ein Intititanzquotienten? Intitire I Ahh.... Ich hab's nicht verstanden! Inkompetenz-Kurzienten! Ach, ein Inkompetenz-Kurzienten! High-Class-Roller, vielen Dank für dein Follow! Ein ITT-Kurzienten? Kommt heut noch GRID-Kanal! Müssen wir den GRID-Master nachher fragen, ob wir da Lust holen! Ähm, ich bin hinter den Hallen-Kacke-Miss-Ding hier jetzt gleich erster Hangar und... Ähm, männlicher Bambi weiß, schwarzes T-Shirt. Ich komm jetzt da hinten! Ja, ich komm... In die Ecke! Welche Ecke? Ich komm zu meinem Loot, oder was? Nee, Gefängnisecke da, wo es hoch zum Gefängnis geht, diese Mauerecke. Ah, okay. Keks ist kaputt. Keks ausgekekst. Ein übelster Spam. Ach, zum Glück, ey! Ihr müsst jetzt Bier spammen! Nein! Nein! I'm starving. Oh Gott, fällt der Tod ums. Noch ist orange, nicht rot. Das ist auch so geil! Kurzes Abilutmüll! Hier ist doch noch Essen drinne, du kannst dann erst mal essen hier. WB-Annie. Mein Stomach krumpelt violently. Du hast die Gänsenkekse also gegessen? Mittlerweile haben wir 217 Zuschauer. Siehst du, wird immer besser. Hier sollten wir in Tannen rumgabbeln. Boah, so much Zaun und Mauer und... Ui! Spam sie all in die. Laufst du an den Zaun rechts hier noch den Hallen lang? Warte, ich lauf mitten auf der Straße hier grad wieder. Kein Zaun in der Nähe. Mit der Straße? Kommst du jetzt unten am Wrack raus, oder was? Das Wrack? Ja, das Heli-Crash. Gibt's hier noch nen Schiffswrack? Ja, das auch. Das Heli... Das Heli... Der Heli-Frack halt. Nein. Ich lauf jetzt nach rechts zur Mauer und dann... Da in der Ecke sollte ich hinkommen, zu Martin irgendwie. Naja. Jetzt halt hoch. Richtung dem Gefängnis an der Mauer. Was machen Lukas und Martin beruflich? Ich studier bald und Martin verrate ich nicht. Hä? Ach so, ich hab ihn auf V bekommen. Ich hör mir schon, was der hier macht. Hier ist der Lut da. Also du hast ein bisschen Geräuschen an der Tanne. Ruhe jetzt. Ich mag Züge. Bin gleich in der Ecke. Wo kommst denn du? Ich seh dich schon nicht. Ich auch nicht. Durch die Tannen, Mann. Da sieht man irgendwie, wie gut ihr aufpasst. Ja, von wo? Du läufst jetzt exakt auf einen Lutl-Zoo. Echt? Wo? Ja, bitte. Hinter der Mauer oder vor mir? Jaja, vor dir. Ah, da. Ja, hier. Hier. Und wenn du dann die Mauer nach unten läufst zum blauen Tor und dann einfach die Mauerseite wechselst, dann läufst du das nächste Lutl-Zoo. Was ging so ab? Wir haben hier zwei Leute weggeschossen. Lukas ist leider drauf gegangen, aber der ist jetzt wieder da. Ist dir deine Batterie wichtig? Ja, aber ich hol sie mir ab. Ach, liegt da in der Hose, Mann. Viel Spaß. So, was? Wo war die andere? Ah, runter, runter zum blauen Tor rein. Auf der Innenseite? Ja. Äh. Wo ist denn hier der Lutl? Sicher nur Wiese. Hier. Hier irgendwo. Weiß ich bloß. Ist gar nichts mehr. Ist gar nichts mehr. Er hat alles aufgesaugt. Er hat dann drauf geschissen. Oh, der Rucksack ist bei mir leer von dem Typen, ne? Warte. Da legt er einfach irgendwas rein, oder? Probier ich ja, aber es klappt nicht. Dann wechsel mal. Tausch dich einfach mal aus. Mach ich grad. Warte, ich schmeiß grad erst mal das Runeter-Zweig aus dem hier weg. Ich hab den Übers weggesprayt den armen Kalten. Ja. Auch die Bäder, weil es gelegt hat, wie Sau. Martin war in Gefahr. Ich hab einfach nur noch drauf geschossen. Nee, ich war dann hinter der Mauer schon, aber ich wusste am Leck nicht, dass ich auch immer sterbe, weißt du? Schieß, 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 schieß! Hör dich auf, schieß! So ungefähr hast du geschrien. Ich hab Angst! Hast du ein Problem damit? Du kannst vorne selber noch mal gucken, Lukas, ob du gleich noch zufrieden bist. Ja, schau ich gleich. Ich will nur kurz noch... Die Weste, Mann! Die Weste kann ich sehen. Die schwarze hier. Da ist ein Vierzeug und Stock und so drin. Mhm. Ah, den Rucksack hier kann ich auch nicht einsehen. Der ist leer. Der ist jetzt leer, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das war mein Alter, ich hab ja auch schon lange getauscht. Ist doch noch ein schöner schwarzer Helm, ist gut. Scooace gegen 9. Ja, ich schleg nämlich auch Helm und Handel daneben. Okay, dann schau ich mal nach meinem Looter. N1, nice one to meet you, vielen Dank für dein Follow. Was hast du jetzt für eine Waffe eigentlich genommen? Na, die 101. Hatte der was anderes da vorne noch, oder? Der hat in der AK, normal, ja. Da liegt sie. Das Santa ist vielleicht noch ein Follow. Hat er einen Scoop getroffen, ne? Der hat einen Scoop drauf, warte mal. Ne, sehe ich nicht, warte. Unter dem Rucksack, siehst du die vorgucken? Ja, ich sehe die Waffe aber. Na, jetzt. Ich weiß nicht mal, was du dich entscheidest. Ja, kommt drauf an, was ich jetzt da unten noch finde, weil wenn nicht, habe ich viel mehr für 101 ein. Ich habe auch noch On-Mass, 101. Ich habe auch noch AKM, On-Mass, also. So, jetzt weiß ich, ich bin hier an vorbei gelatscht und... Ja, deine Leiche ist mittlerweile so oder so weg. Unternehmen geworfen haben wir es nicht. Da war ich ungefähr hier. Ungefähr hier. Ja, da habe ich auch die Tarn schon geaxt, um zu gucken, ob du irgendwo bist. Ich gehe mal zum Heli-Crash. Auf welchem Anime? Teilweise ist es selbst gezeichnet, aber im Grunde genommen ist die Grundversion Konata. Lucky Star. Komm, eine Granate wäre jetzt geil, Mann. Bist du jetzt, wer... Läufts drüber zum Crash-Site? Boah, Alter. Na, ich will nur mal doppelt checken. Am Ende... Pimmelbus. Am Ende hat er es gesagt. Läuft er nicht hin und er läuft für anders. Ja. Hier ist ein M4-Budstock. M4-Munition noch. Ein AKM-30-Magazin. Ein Pimmelscheiße. Hier liegt nur Pimmelscheiße. Gut. Hat er eigentlich schon eine Roundbox? Von den Typen? Nope. Wollen wir hier unten in den Wald mal so wechseln? Und dann? Hm? Und dann? Auf dem anderen so... Der leckt wie die Sau, der puttet um uns rührt. Ach ja, stimmt. Ja, der leckt wie die Sau, das stimmt, das stimmt. Ach ja, stimmt. Ich bin ein Dreck. Kurzer Hickgerechtnis. Ach ja. Da fällt. Was? Ich wusste das noch. Ich hab noch nicht drüber genau. Leute, die blaue Pülle zweimal genommen auszusehen. Warum? Nein, 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 nein. Ich hab mir wusste. Wir werden unsere Community die Pimmel öffnen. Okay. Ganz spontan entschieden. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier oben kann teilweise auch Stress halt sein, ne? Links da oben fällt. Ja, das bin ich ausgelockt. Irgendwie läufst du noch. Das Luka ist leicht. Ne, das war's du. Läuft, ja. Ah, ist okay. Alles cool. Vielleicht der vierte Gegner da. Ach Gott, ey. Ich mag das nicht hier. Wow! Ort? Ja, und was für einer. Oh, oh, dann sind Martin und ich am Heli-Crash-Set ausgelockt. Ja, das hat mich so mega zurückgebrannt. Ich hab auch gesagt, Martin läuft hier noch bei mir. Ja, das ist gut ausgelockt. Danke für den... Vielen Dank. Benjamin, du lieber Elefant. Soll ich selber suchen? Na, oder? Ja, Otto. Okay. scheiße! Nein, der reagiert nicht mehr. Soll ich selber suchen? Ich glaub schon. Ich glaub, das muss ich mal beenden hier. Obwohl... Ich glaub, es fängt sich gerade. Ja, es hat sich gefangen. Dann such du. Ich hab' noch nie'n Heli-Crash-Site gesehen. Also, am Nord-West-Erfield sehen wir echt öfter mal welche. Hopp. Warte, nur noch nicht hin. Ähm... Nicht nur echt öfter mal. Eigentlich sehen wir jedes zweite Mal mindestens einen. Kleiner Donner, vielen Dank für den Follow. Hopp. Wann ist die Verlosung, Hendrik? Stimmt eigentlich? Wolltest du das nicht jetzt machen? Jetzt? 20.19 Uhr. Eigentlich hast du 20 Uhr gesagt. Eigentlich mach ich kurz mal mal AFK gehen oder so. Jetzt grad wieder auf das Öl gehen. Dann hätte ich kurz AFK gehen können. Wieso AFK? Musst du irgendwie... Nein, ich wollte zwar, wenn ich AFK gehe... ...wenn ich AFK gehe. Nee, ich muss nicht, aber wenn ich dann AFK gehe, kann ich die Verlosung dazu machen. Weil die Leute dann eh kurz fünf Minuten Zeit haben, deinen Channel zu posten. Okay. Ihr habt Bild. Bild an, Alter. Es ist Bild an, es ist Spawning, Alter. Und es ist gleich, please wait. Please wait. Please wait. Es ist nur 38, Alter. Geil. Ich gucke mir das nur so vor, dass bei dem letzten Abo... ...und dann ist der Name weiter unten als das letztes Abo. Jaaa, weil... ...Donronkiller das völlig gesprengt hat mit seinem Namen. Sie kann das fixen. Also Donronkiller, du. Ah, das hab jetzt unten links gelesen. Du darfst nicht so lange Namen machen. Mhm. I think I just in my pants, oder irgendwas, oder? I think I pissed in my pants, Alter. Pissed. Jetzt müsste das die gleiche hören. Please wait. Was gibt's zu gewinnen? Zu gewinnen gibt's das, was in der Überschrift steht. Die T-Shirts kommen bald. Ich will, wie gesagt... Die T-Shirts-Sache müssen wir mal noch... ...besprechen. Ich erinnere mich mal dran. Ja. Ich erinnere mich schon. Okay. Klon, ey. Oh, ich bin da. Hast du die alle nur mit den Nacktbildern, ey? Das ist Internet vom Feinsten, oder? Ja, ich hab damit... Wer hat denn damit angefangen? The Fappening. The Fappening. Wenn Martin an die Bilder rausgeht, geht das Fappening los. Ich bin nämlich kein Mensch dabei jetzt. Okay. Ich bin voll lieb, Mann. Alter, Alter, wir stehen hier ja gleich mitten auf dem Feld. Ja, aber hier ist kein Crash-Site. Ihr seid, glaube ich, relativ safe, wenn jetzt hier nicht jemand mitten in den Tannen rumwurstet. Was werden wir denn hier? Mitten auf dem Feld, an der Crash-Site, oder was? Na, ich bin in die Tannen jetzt gerannt, hoch zum Gefängnis. Hoch zum Gefängnis? Ja, ein bisschen. Nicht weit, ich stehe am Rand noch, Mann. Ja, ich bin ja komplett auf der anderen Seite. Wir gehen in der Süden jetzt. Da, ich seh dich da auf der anderen Seite. Ja, einen seh ich auch. Please wait. Du stehst in der Tanne, richtig? Kuh, ey, ja. Du guckst mich grad... Hast du dich hingehockt? Ja, 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 ja. Ich hab mich grad hingehockt. Alter, ja, gut, weil du hast kein QE gemacht bei mir. Ich hab QE gemacht, aber ich hab mich hingehockt. Mach nochmal QE, bitte. Hat er das jetzt gemacht? Nein, mach länger, bitte. Ja, hier, QE, 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 QE. Alter, stell dich mal wieder hin. Das wird mich hammer. Ich bin mitten da. Okay, du stehst wieder. Ich bin schon nicht. Ja, trotzdem hat's mich hammer aufgeregt. Ich guck dich an, QE. Okay, der macht das nicht. Oh Gott, der hockt sich hin. Oh Gott, oh Gott. Hallo. Ja, gegenüber einer ist, äh, zum Gefängnis hoch und ich bin auf der anderen Seite vom Wald, so gesehen. Ich bin auch... Na, bist du da hier auf meiner Waldseite? Wenn du hier mit ausgelockt hast, ja, und der dich auch nicht da hinten hingelegt hat, ja. Wo bist du da? Ja, da, ich seh, Martin. Ich hasse auch die Gamescom, ja. Ich, äh... Menschenmassen sind nicht meins. Du musstest jetzt noch 30 Meter weiter geradeaus und dann links am Rand. Ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Bei Lothar, hab ich gedacht. Ja, wo, wo müssen wir da verlangen? Ich hab'n... Hab ich'n Kompass? Ja, guck' ich gleich. Lass uns das mal hier treffen. Du hast doch'n Kompass, Henrik. Ja, ich check'n. Wenn wir direkt nach Süden wollen, müssen wir schon ein gutes Stück. Ja, wir waren schon sehr gut, also wo wir grad eben hingelaufen sind. Ich warte hier auf euch. Ich hab' keine Ahnung, wo du bist. Ich warte seit 8 Minuten, wo ihr seid. Lauf in die Richtung, in die du wolltest, wo du ausloggen wolltest. Ich bin doch genau hier an dem... ...ümlichen Tunnel. Ich seh' nur Lukas, ich seh' dich nicht. Ich hab' keine Ahnung, man. Ich lauf' jetzt zur Mauer hin, ne? Ich lauf' mitten über die Linken. Ich lauf' mitten über die Linken. Ich lauf' jetzt zur Mauer. Ich lauf' jetzt zur Mauer. Ich lauf' jetzt zur Mauer. Wieso ihr, Alter? Ich lauf' jetzt zur Mauer. Nee, Martin. Keine Ahnung. Ja, okay, ich lauf' auch zur Mauer. Ja, nicht zur Lage seid, mir nur ordentliche Position durchzugeben, ihr Ptermit. Am anderen Ende des Airfields. Da. Ja, sag' ich doch. War wirklich schwer zu sagen. Ich hab' dir gesagt, lauf' 50 Meter weiter und dann links. Mhm. 30 waren's vor uns noch, Alter. Ja, da 30, da... Oh, und der Sie, da läuf'st du rum und... Was ist denn da links dann? Ja, aber wenn du dich die ganze Zeit drehst, ist ja klar, dass du bist... Ich mich die ganze Zeit drehe, kannst's mir nicht sagen, dann dreht er links. Der macht ne Bug-Bewegung von euch. Ich sag', du sollst links und der dreht sich die ganze Zeit. Das ist Hendrik. Komm, pass. Oh, Alter. Wo seid ihr denn jetzt? Oh, hör auf. Ey, ohne Witz, ich lauf' auf mich zu und ihr verschwindet einfach. Was? Das ist weg, doll. Ihr seid die nicht. Wo seid ihr? Hier. Hier. Du bist doch gerade einfach vorbeigelaufen. Keine Ahnung. Du, äh, Hendrik, du bist jetzt Rudelführer. Ja, ich... Ne, guck mal bitte auf die... Müsst'n wir genau süden... Ich gucke! Also... Wenn da der Ecke wo wir jetzt sind, ja, in der Mauer, müssen wir eigentlich wirklich genau nach Süden machen. Okay. Achso, äh, I'm starving. Und I'm... Dursting. Ja. Dursting. Ne, ich hab' gar nichts. Ne, Dursting. Da war gar nichts drinne. Ich hab' nur ne Dose, ich hab' nur Dosen. Ungefähr, das soll die Richtung sein hier. Die ich mit dem... Feuerbring aufmachen kann. Ich hab' Reiz, Mann, aber du brauchst was zu trinken erst. Ja, dann müssten wir eigentlich zum, äh, auf die andere Seite bei der Baracke. Das ist beides schon orange, ne? Also... Ja, ich kann dir was zum... Essen geben, aber nicht zum Dursten. Oh, die gleitet beide da vorne rum, ey. Martin gleitet total bei mir. Boah, deshalb geht auch wieder richtig ab, ey. Wir müssen nach Süden. Einfach jetzt nach Süden, da kommen wir automatisch hier auf dem Wasser zu trinken. Schießt, schießt, schießt! Was?! Es hat AKM geschossen, links von der Mauer, Mann! Auf uns? Ja! Nicht gehört. Wie, du trollst. Ey, du, 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 nein! Oh, als ob ich jetzt trollen würde. Ich bin der, der grad stirbt wegen Starving, Mann. Oh, hier links an der Mauer, hier? Links an der Mauer, irgendwie, da kam das hier. Du, bei uns? Ja, hinter uns, links an der Mauer. Kein Plan. Aber doch nicht auf uns. Fünf Schüsse doch! Das war so nah, da... Wer ist denn sonst hier an dieser Ecke und schießt auf einmal fünf, sechs Mal? Weiß ich doch nicht! Ich misch mich jetzt einfach. Ich mich auch. Ich fall gleich um wegen Starving. Na, wie durstig bist du? Da kannst du ja mal ein Stück Weiß essen. Auch orange. Wenn ich das esse, dann werde ich zum Mumie oder so. Ich hoffe, dass wir den Keksen nicht auch mit Bier machen. Na, ich habe jetzt den Keksen jetzt auch gesp... ausgestellt. Das war nur übelster Spam. Komm, man, Joe. Also, wo seid ihr hingelaufen, Mann? Ich stoße einfach den Wald hoch, so. Ich lauf die Mauer entlang. Ja, ich bin einfach weggelaufen. Mauer, im Grunde genommen auch nur. Irgendwie so hundert Meter versetzt von der Mauer, rechts auf der Wiese. Ja, ich... Da hab ich schon gesehen. Ja, wir werden einfach ins nächste Dorf da hinten laufen. Ja, wie, Bro, da ist dann die... Ich weiß nicht, wie das heißt. Kann sein, ja. Ja, ja, das ist schön. Wenn du Lukas gleich wieder umgibst, dann raste ich aus, Alter. Ja, ich hab bald... Ich hab keine Trink... Ich hab ein Sardinen. Könnte ich die aufmachen. Die kannst du erstmal rein schippen. Ja, mach mal, mach. Das... das fruchtet auch. Ja, ja, ja. Das fruchtet auch. Das fruchtet auch. Ich bin auf dem Heuballenfeld. Wo seid ihr denn? Ja, ich bin noch. Ich bin schon da drüber. Ich bin schon über dem Heuballenfeld und lauf und lauf und lauf. Boah, das Gras ist hier so hoch, ey. Ja. Lauf hoch, Lukas. Ja, aber der Meister soll mal halt hier zurückkommen. Meister Sardine. Ich weiß nicht, wo... Da seh ich doch. Ja, lauf einfach hoch, 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 hoch. Ich seh einen auf jeden Fall da auf dem Heuballen. Hallo. Hast du schon schwarz-weiß, oder was? Nein, aber beides knallorange... äh, dunkel-orange. Ja, ich komme. Ey, die Dose. Ey, die Dose. Ja, irgendjemand lauf ich da grad in den Weg. Ich hoffe, dass es ist Lukas. Ja, wir beide sind hier ineinander, Mann. Achso, da, ja. Das klingt so schwul, Mann. Ja, ja. Ja, auf einmal schießt er, dieser Mongoi. Es ist erst mal jetzt. Geck. Oh Gott, keine 2-5-4-Sinn da drin. Ja, es reicht erstmal, damit er nicht aus den Latschen geht. Keine Kinder von uns über die Schüsse gehört. Die direkt neben uns abgefeuert haben. Ich habs gehört und es hat mir einmal Schiss gemacht. Und ich denk so, da schießt jemand auf uns. Lass halt nicht zum Wohlstand. Ich hab zwei. Warte mal. Welche nehme ich jetzt? Hau ihnen weg. Tschüss, AKM. Rest in Peace, AKM. Hier, das hat überhaupt nichts gebracht. Beides Orangen. Ja, aber das ist für die Statistik. Wo seid ihr denn jetzt? Hier oben. Siehst du uns noch laufen? Hier hoch. Ja, ja. Na ja, ein bisschen links wieder. Ich seh euch nicht die Sonne brennen. Ja, 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 ja. Gut, 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 gut. Zu weit! Gut, gut. Links, 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 links. Gut, gut. Gut, 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 gut. Gut gut, 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 gut. Gib ihm noch die Milch., das end- das trocknet dich aus. die Milch ist glaub ich nicht so cool, dass jetzt älst. Milch. Die Milch. Die Milch könnte ja mal kochen, das wäre cool. Da gibt's was zu trinken. Go, 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 go. Muss auch trinken, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr getoiltet. Reg mich echt auf, dass es Leute gibt, die so geldgeist sind, dass sie bei Twitch nach Giveaway suchen und kostenlos das zu bekommen. Und deswegen bist auch du hier. Ich weiß nicht was ich euch darüber so aufregt, lass das noch. Dass ihr euch darüber aufregt ist eigentlich viel mehr auf. Also so eine Waffe zu finden, Kommt mal Job, ist wirklich voll easy eigentlich. Einfach zum Nordwestairfield gehen, Gigi. Ja entweder da hin oder du gehst einfach raus. Oh Alter bist du wahnsinnig mann. Was? Wie bist du dann? Ich frag mich schon, warum ich von hinten so rot beleuchtet bin. Alter Lukas Packst ja schon weg, man Ihr seid beides zwei Pussys, das ist unglaublich Ja Gott, wenn wir jetzt verfolgt werden Oh, wir werden verfolgt Ich schütt mal die Flair an und lauf damit Das sieht bestimmt keiner Signalfackel Leg sie hin, leg noch Brotkum hin Nimm auch so ein bisschen Reis Immer mal wieder in den Schuss 60er Dings hier, M4 Dann laufen wir jetzt erstmal ins Dorf und Fertun Lukas aufpäppeln Ich müsste auch mal ein bisschen aufpäppeln Fertun Lukas aufpäppeln Ich hab gesagt Tun Lukas aufpäppeln Auf jeden Fall wollte ich das sagen Wir tun Lukas aufpäppeln Oh Mann, ist das schlecht ey Ich komm gleich zu dir und steck dir meinen Finger im Po ey Ja komm Oh Gott Ich weiß ja, er kommt nicht Oder er kommt und macht dann nicht los oder so Warte, ich finde jetzt den Punkt für uns Da ist ja ganz noch näher Friendly Person, I ins Leben langweilend follow Der Brunnen muss jetzt irgendwo hier sein, in der Stadt Na danke Irgendwo hier in der Stadt Irgendwo hier in der Stadt Naja, irgendwo jetzt hier in den Hinterwippmann Komm, ich stürz mich einfach da links in der roten Halle runter Dann hab ich wieder Dann komm mal zum Zombie Nicht? Nein Weißt du, die Kirsche? Sehe ich die Kirsche auf den Spur aus Flares, ne? Oh Gott, Standbild Du läufst auch voll gegen grad Du musst hier irgendwo sehen jetzt Hier ist doch Brunnen, hier Wo zur Hölle ist hier? Na Mensch Am Piano Okay, irgendwo in der Kirche Ja hier Gott, ich bin schon nicht mehr mehr durstig So, ich brauch Essen Alter, wer hat den Reis weggeklaut? Nee, ich hab keinen genommen Ich trinke Nee, ich hab ihn hingelegt Also wer hat ich ihn nicht genommen? Was ist denn das selber, du Pimmel? Ja, hab ich auch grad gesehen Wer hat den geklaut? Oh, ich Ja, aber da wart ihr schon am Verteidigen Das ist nicht sein, deswegen Gibt's schon ne Entscheidung Easy Fighter Nein Und hallo Ich werd's gewinnen Oh toll, der hat mich nur Dehydriert Oder nicht Voll-Energized gemacht Diese dumme Gefühlenmilch Gab es Action Jetzt kommt der Typ, der uns verfolgt hat Jetzt kommt der Typ, der uns verfolgt hat Brrrr Noi, Alter Toll Mein Tussi hat voll die komischen Reptilienaugen Du kotzt, Lukas Guck dir mal in die Augen Ich hab voll die Reptilienaugen Das ist voll heftig, oder? Alter, Walter Was ist denn da los? Müssen wir Das Muss geboxt werden Nein, bitte nicht Ich bin nicht healthy Hör auf Oh, ihr seid solche Arschproperzen Lukas Kommen wir nicht mit den Ihr Scheiß Nee, Timo teilst du noch nicht Sucht'n Tanne Eure Zuschauer Zahnt, Mann Das ist echt, ne? Was ist da los? Wir sind ja auch wieder in Bewegung Oh, Alter Du standest gerade am Haus Ich wollte dich knüsslich boxen Aber immer bist du weg Ja, weißt du jetzt Von wo wir hier laufen müssen In welche Richtung? Boxkamp Nein, nein, go Oh, hier boxt alles Alter, das ist lecker Was passiert hier? Oh, wow Oh, Martin wurde getroffen Oh, oh, oh Oh Als wenn zwei Blinde boxen würden Ganz ehrlich Alter, das ist das liebeste Leggy Als ob zwei völlig bescheuerte blinde Leute Auf sich einboxen würden Das ist wie ein Schleckeres Das ist gerade Das was war Oh, oh, oh Wer geht zuerst K.O.? Wer geht zuerst K.O.? Ey, wir treffen niemals den Kopf hier Ne, tut die auch nicht Och, komm ey Oh, oh Martin wurde voll im Rücken Das tust du bei mir auch Oh, da wurde er wieder Oh, schon wieder eine Stelle Oh, Martin wird gerade Ihhh Oh, ich werde auch Ich kriege aber auch Oh, oh Da läuft Martin Martin läuft Martin Oh Gott, was jetzt Ich wollte nur gucken Ob das Wund ist Und was gegebenenfalls nähen Weil deine Jacke sieht nicht mehr so gut aus Lukas Oh, da hat er nicht schnell den Kopf gekriegt Ich habe eine bessere Idee Nein Jetzt tu nicht so feige hier Das ist so ein Leggy Oh, ein Kanschüsses Yes Das ist scheiße Ey, da Ne, das war unfair Ich habe dich so öfter geboxt Okay Was? Was? Ich habe so um deinen Kopf eingebaut Auf einmal kommt eine Stelle von dir Platt Alter, lass die Kacke Hör auf jetzt Hör auf jetzt Jetzt tun wir was essen, ne? Ey, was soll denn das? Hör auf Alter Sein Zeug ist passen Er ist unkonschüsses Ich kann ihn looten, Jakob Ich kann ihn looten Ja, ihr habt mich beide von beiden Seiten Einmal dick eine Schelle von rechts und links Jetzt gibt er es um Oh, jetzt habt ihr mich wieder komplett ausgezogen Geh weg Geh weg Die wollte wirklich ich, Mann Was? Hier jetzt mal aufhören Irgendwas fehlt da Ja, deine hier Da muss jetzt mal eine Dose hin Passt Guck mal, Lukas hat es am Mund Hm? Ah! Das gibt es doch nicht Wer blutet hier? Du blutest Ich blute nicht Doch, du blutest, guck mal Nein, ich blute nicht Doch, du blutest Du blutest selber Oh, ne, was ist das weggerollt? Irgendwann hat ich irgendwie eine Waffe geboxt oder so Ich versuch da hin zu boxen Wo ihr wahrscheinlich hinlaufen werdet Ah! Das ist das, wenn der Leggy scheint Ah! Trammen, Trammen Vielen Dank für dein Follow Ey, ich hab schon wieder zwei Schellen oder so bekommen Ich will meinen scheiß Mundschutz wieder Oh, nein, 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 nein Jetzt läuft er nur noch weg Weil er weiß, er geht gleich K.O. Feige Sau, hör auf zu laufen Das hat Martin auch gemacht Das hat Martin auch gemacht Ja, nur um mich zu nähen Alter, kein Doppelsprint mehr Alter, ah! Kein Doppelsprint mehr! Ey, das ist so übelst Das ist so ein Lucho, Mann Ah! Oh, fuck, weil er live Oh, er portet, er attacks Oh, fuck, wo boxest du hin? Da ist doch kein Klammer Alter, au! Ah! Ah! Wieso trefft ihr mich jetzt auf einmal? Hey, hey, der stirbt uns schon wieder Wollt ihr eigentlich beide mich? Ja Ich will einfach nur den, Mann Ich krieg ihn nicht! Und kommt Jesus, hä? Yes, yes, yes Mich hat gar keiner getroffen bei mir Einfach auf einmal ohnmächtig Ja, das kann er behalten Und mein Rucksack ist verbuggt Oh, ich hasse euch Toll, das Energizer ist auch schon wieder, Blank Du musst schon wieder irgendwas essen Jetzt hab ich gleich gar nichts mehr Oh, ja, klar Schön, der Rucksack verpackt Waffe habt ihr mir auch geklaut, oder wo ist die? Da Auseinandergebaut wie so ein Wichs Das war nicht ich Das hier, das war Martin Das ist komplett, mein kompletter Loot ist verpackt Ne, geht's nicht? Ne, geht's nicht Das hat Martin angefasst Ey, 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 ey Liegt noch Zeug, Lukas Komm her Liegt noch ein AK1 und 1 Magazin Hier, vor mir Nein, 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 nein Nein, nein, nein Nein, nein, nein Ich bin jetzt auf das scheiß Magazin jetzt einfach mit Ah Wo ist das denn? Nein, Schlecker Wir sind hier am Arsch der Welt Die sehen wir nie wieder Willst du mit deiner Axt? Wo? Der hat dich gerade Axten? Ja Und ich bin voll in ihn hinein gelaufen Wo ist der? Also, ihr leckt bei mir gerade Machst du Weiß ich immerhin mehr Noll, hör auf Hast du geschossen Da hab ich geschossen Wo ist die Ecke? Wo ist ganz schön knapp Ja, jetzt mal hier weiter Wenn ich mal aufhören Ich muss re-loggen eigentlich Nein, okay, jetzt hier an der Kirche Werf doch mal alles daneben und dann nimm's nochmal auf Ich hab die Axten Also ich Ja Da steht, da steht, da steht Hör auf Ich mähe dich jetzt weg Wenn du mir nur einmal zu nah kommst Wer mir jetzt zu nah kommt, den mähe ich weg Mutprobe, ich hab ne neue Mutprobe, Leute Die Mauer hier hoch Oh Gott Alter Warte, warte, lass mich wieder runter kommen Lass mich runter kommen Oh, 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 oh Oh Gott, oh Gott, oh Gott Geh weg Ich bin hier weg Ah, ich geh zu Oh Gott, ey Ich warne, ich hab gesagt Wer mir dann zu nah kommt Mit seinen Dumpfhäusern Den Milch übern Haufen Ja, dann haben wir das letzte Mal gespielt Hab ich ja mein Ziel endlich erreicht Ohohoho Sag halt doch eher an Wo wir jetzt hin müssen Du kannst aus Büch und Papier reißen, Alter Das wusste ich gar nicht Ja, was willst du mit Papier? Ja, weil es letztes Jahr lang gesucht hat, Mann Ja, das hier ist genau Süden Wo wir jetzt hier rausrennen, so ungefähr Bisschen Tick links Du hast so einen Kompass, nicht ungefähr Du guckst jetzt genau drauf Jetzt genau Richtung Süden von da aus auch Bist du sicher? Dann müssen wir genauso Alter, ich sei so Waffenkinder, ey Wieso immer ihr? Ja, ich guck mal zu Oh Mann, ey Dieser niedrige Mord, das macht am meisten Spaß Höhöhöhöhöhöhöhöhöhö Dragonsool, vielen Dank für dein Follow Ich hole mal gleich meine Makarov raus Mal gucken, wie damaged die mal Mach, hinter mir läuft ein Opfer Oh Mann! Niki immer vielen Dank. Bitte nicht den mit der Flair töten. Es reicht erst Anni, wenn er sein komplettes Loot verpackt hat. Wie Lukas gerade. Wir rennen jetzt nach Balota runter. Und dann gucken wir Cerno uns nochmal an. Hör doch mal auf mit der Scheiße! Er boxt hier 5 Stunden und sagt nicht mal zu ne Flair an. Na das ist nicht, ne Flair ist einfach nicht lustig. Da ihm ist Elli weg, die ganzen Notgein-Typ im Chat, Mann. Was ist ein Notgein? Wo ist die Frau hin? Hallo? Elli ist doch bestimmt nicht die einzige Frau. Guck, Henrik ist auch noch da. Ich schweig krass ab. Ich hatte wirklich... Vergiss es. Ich weiß nicht mehr, wo mein Festklemmpapier ist. Gucken, ob es mit einem SATA-Kabel geht. Ich war mit einem SATA-Kabel. Es liegt hier auf dem Schreibtisch. Es ist zu fett, es passt nicht rein. Was hast du gesagt vor deinem Schreibtischen? Das ist was er sagt. 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 Ich habe sieben Schuss da drin. Wenn ich alle sieben Schuss ausprobiere, dann gibt es glaube ich kein Echo mehr. Ich probiere alle 30 Schuss aus. Lois, ich mach mit. Du kannst an mich schießen, ich renne aber ein Stück weg. Ich bin zigzag. Willst du irgendwas, was du in DayZ noch nie gefunden hast? Im Grunde genommen Zelt. Wir haben es schon mal gefunden in Spielern, aber noch nie selbst. Willst du jetzt oder nicht? Was? Nein, verzieh dich. Jetzt mach doch. Nein, ich will nicht von euch abgeschossen werden. Nein, er will doch... Du kannst mich abschießen mit deiner Scheißwacke herauf. Ich schlufe aber weg und lege mein Zeug vorher hin. Was? Hier auf der Wiese ist doch perfekt. Ja, komm her. Ja, oder bist du tot? Hä, was? Bist du bekloppt? Junge, er will doch wegrennen. Als ob du so triffst. Und wenn du einmal triffst, dann hörst du halt kurz auf. Und dann treffe ich ihm den Kopf und dann fällt er um. Ja, bestimmt kippt er sofort um meine Marka. Okay, okay. Jetzt ergibt er es nicht, oder? Und wie lange geht das jetzt, bis ich dich einmal getroffen habe, oder bis die Munition alles ist? Hast du dir wohnt oder was geht? Wieso nimmt er die nicht in die Hand? Und das ist jetzt ja lahm. Und er packt sie immer instant wieder weg. Was soll denn der Scheiß? Ja, weiß ich nicht. Ich nehm's in die Hand und jetzt nimm's dann wieder weg. Das redet das nicht. Warte. Jetzt geht's, jetzt geht's. Bei mir geht die eigentlich. Ja, war buggy. Wieso klick-klick? Wieso ist da kein Magazin mehr drin? Egal, ich vergiss es. Es ist kein Magazin mehr. Jetzt läuft er da nackt. Was denn? Ja, ist kein Magazin drin, warum auch immer. Da war mal eins drin. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Gehst du von mein Loot? Ich hab sie in die Hand genommen und auf einmal macht's klick-klick. Aber ich weiß gar nicht, was er damit geschossen hat. Nein, 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 nein. Oh Gott, Rocket. Er hat den Rocket-Skin. Jetzt weiß ich auch warum. Das war mir so stark. Okay. Ich bin ehrlich, ich komm. Hey, Lukas, das weißt du doch auch. Ich hab die in die Hand genommen und einmal damit geschossen. Ja, klar hast du damit geschossen. Äh, wo ist denn denn das Magazin hin? Weiß ich nicht. Alter. Stimmt, diese Smirsch-Weste da. Hab ich auch noch nie gefunden, wo man diesen kleinen Rucksack noch dranhängen kann. Ich auch nicht. Moin, gute Laune, TV. Warte mal, ich muss nochmal... Jetzt muss Hendrik, ne? Oder was? Oh, hört doch mal auf, ihr... Ey, immer wieder dieses ihr. Ich steh immer nur und gucke zu, jedes Mal. Ja, du guckst zu, du könntest mich ja mal beschützen. Du kannst mich jedes Mal übelst an und sag, mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt. Bestimmt. Du guckst dir das an und denkst so, ha 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 ha. Ich kriege jetzt mal ein Duplo, wenn er los ist, wenn ich das mache. Ich habe gar keine Duplos mehr. Hast du noch von Budi? Das ist ein Bug-Hasser, der hat er auch bei der Mackerauf, siehste? Müssen wir re-longen? Wie viel Waffe, Budi? Magazine, wenn schnell... Mr. Crux Prime, vielen Dank für dein Follow. Ich wollte das Giveaways irgendwann machen, ja. Irgendwann werde ich AFK gehe oder wenn wir die Server nochmal wechseln. Da ist eine Kuh! Wuuu! Oh Gott, gleich ist niemand. Oh oh. Was denn? Alter, der ist so hammerkrass am rumwackelig. Alter, hast du meine Acker endlich gezogen? Oh, jetzt weißt du auch warum. Oh man, oh man. Was denn? Oh man, gut, dass wir jetzt Weltkrabahle auf dem Gras lag. Wollen wir da jetzt kurz das Giveaways machen, kurz Pause. Na ja, mach, mach, mach. Werbung. So Leute. Darf ich diesmal mitmachen? Das muss weg, nein. Darf ich auch mitmachen, ich will auch mitmachen. Nein, das wäre hammerkacke, wenn ihr auf einmal gewinnen würdet, das wäre hammergefaked aus. So, ist der Zufallsgenerator. Ja, aber trotzdem wäre es komisch, wenn ihr auf einmal gewinnen würdet. Ich könnte aber 20 Euro gebrauchen. Ja, ich will Gary Smod. Haha. Ich will Schokolade. Nein, ich finde das nicht okay. Gary Smod kauf ich dir noch. Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich dir das kaufen würde, aber du hast gesagt wie nie. Na, was wollte ich denn? Dann will ich auch Aliens vs. Dings. Nein, du kriegst eins vorbei. Nein, du kriegst Gary Smod. Nee, das ist gierig. Ja, ich merke das schon. Ähm, Giveaway. Ich mache mir jetzt ein Fake-Account, ich will mitmachen. Ja, davon kann ich das leider nicht abhalten. Keyword. Was wird das Keyword sein? Ich würde ja auch ein Konjunktische schreiben, aber das kriegt ja keiner geschrieben. Ähm, Keyword ist Bier. Bier habt ihr gerade eben schon alle gespampt. Bier könnt ihr gerne noch machen. Jetzt wart mal Gurt. Du hast jetzt gleich 5 Minuten Zeit, das zu schreiben. So, Keyword ist Bier. Jeder, der jetzt Bier klein geschrieben in den Channel reinschreibt, ist mit dabei und kann halt, wie gesagt, Martin hat gleich angefangen. Ey, wenn du gewinnst, du kriegst das nicht. Sagen es dir gleich. Ihr müsst das glaube ich klein schreiben, ansonsten funktioniert es nicht. Alles klein, Bier. Könnt ihr 20 Euro gewinnen, die könnt ihr bei Steam ausgeben, die könnt ihr sonst wo ausgeben. Das ist eine Pay-Safe-Card. Damit könnt ihr so im Grunde genommen alles machen, was ihr wollt. Ähm, wenn ich jetzt kurz AFK bin, mache ich kurz Werbung. Wenn ich gewinne, verlos ich sie weiter, ja. Ja. Während ich jetzt kurz AFK bin, mache ich kurz Werbung. Wir sehen uns gleich wieder. Danach geht es auch weiter mit Daisy. Martin, hör auf so direkt zu lassen. Ja, wäre das eigentlich die Chance, wenn ich das mehrmals poste? Nein, einmal posten reicht. Ich vertraue dir nicht. Einmal posten reicht. So, bis gleich. Martin! Hör auf den Chat zu spammen! Kurz auf, Karl. Der Karten ist so lustig. Hey Lukas, ich sage dir, wenn ich das nicht gewinne. Tomate, kein Caps Lock! Guck mal, jetzt siehst du im Stream meinen Chat da an. Guck mal. Ja, ich kann Time outen. Warum mache ich nicht? Ich bin grad wie zu lustig. Wie kann ich den Chat eigentlich auf schwarz stellen? Du kannst, du weißt das doch. Wissen ich, wo soll ich das wissen? Das ist hier die App hier, die Chrome App. Ach so. Better Twitch TV. Ja, will ich nicht. Ja, hier auch nicht. Die ganzen Kiffe, will ich kein Typ mehr. Ich lache euch alle aus. Ich lache euch alle so aus, wenn ich gewinne. Ich lache schon mal wieder um. Und weh, ich kriege das von Hendrik nicht. Besser wo wohnt. Und wir sehen jetzt, anhand des Teams von Hendrik, dass er uns immer alles vormacht, weil ihr seht da am VLC das DZ MP4. Und wir spielen eigentlich gar nicht DZ, er lässt immer ein Video abloggen. Du sollst das doch nicht sagen, Ruti. Ja, ich wollte jetzt einfach mal mit der Wahl hier rausrücken. Ich hoffe, ich gewinne, ich wird so ablachen. Ich hoffe, ich gewinne. Der erste war dick, der der letzte ist die Hate. Hast du, das ist dein Account, ja, stimmt. Die Tür noch offen? Ja. Hast du da Renate? Hast du schon gegessen, Lena? Ja, hier soll ich jetzt genug Zeit gehabt haben. Ich hab die Werbung vergessen. Ich hab die Werbung vergessen, ne, hab ich nicht. Ich hab drauf gedrückt. Achso, ich hab, äh, Dings. Haha, du Spasti. Irgendwie hat er grad gefollowed, aber ich kann's nicht sehen. Upsen, man. Okay. Zwei Sekunden habt ihr noch, oder zehn Sekunden, zehn. Happy Name, zehn Sekunden, zehn. Ganz ehrlich, Hendrik, wenn ich gewinne, verlose ich's. Nein. Ich verlose's doch gar nicht. Ja, aber wenn ich jetzt gewinne, ich hab halt dran teilgenommen, dann verlose ich's. Okay. Weiter. Okay, es gibt Sinn, aber okay. Fünf, vier... Wenn ich gewinne, krieg ich Schokolade. Drei, zwei, eins, jetzt. Wie du gewinnst. Nee. Da you... Da you... Da you angst 18 hast gewonnen. Schreib mal bitte was im Chat. Wo steht das? Das steht hier, siehst du im Stream. Nö, das glaub ich nicht. Macht hier noch Bäre PvP heute, hat er schon geschrieben. Ach, mit Bäre PvP gewinnt man jetzt Givivis, oder was? Feinzer, scheinzer. So, ich schick dir jetzt kurz ne Message. Ähm... Mit dem Betreff... Hast du meinen Namen? Soll ich nochmal was schreiben? Was? Nein, nicht deinen Namen. Du, du ist nicht gebraucht. Aber ist okay. So, OBS brauch ich nicht mehr. Den Desktop brauchen wir nicht mehr. EZ brauchen wir kurz nicht mehr. Ja. Macht mal Jahr lang mit, und dann... kriegt man nicht mal einen GW von dir. Hahaha. Ich hab dir gesagt, ich kauf dir, äh... Hahaha. Ey, ist das Körper, klar! Ist ein Troll. Ich weiß. Und ich hab dir trotzdem gesagt, ich kauf dir das. Schade. Ich hätt's so gefeiert, wenn der Dead Legacy Hater gestanden hat. Hahaha. 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 Oh, ja. So, du hast jetzt da, Junax, du hast jetzt ne Message im Twitch. Du musst vielleicht sonst mal gucken, unter Eingang, da hast du Ausgang und da hast du anderes. Eventuell ist der unter Anderes gelandet im Spam-Ordner. Das passiert durchaus öfter, man. So. Jetzt kannst du weitergehen mit Daisy. Such dir kurz mal einen Server, bitte. Eigentlich hättest du Bier schreiben müssen, Martin, und alle anderen die ganze Zeit timeouten. Hahaha. Hahaha. Jeder, der jetzt schreibt, kriegt den Troll. Ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Sehr gut. Andi, ich... ich poste dir mein Steam-Profil, aber kaum musstest du es mir nicht. Kein Angst, das ist nur noch ein bisschen... ein bisschen Troll. Ach, Senior. Na. Kann ich da einklicken? Und dann mal den Titel. Ja, Titel kommt in... Indrik, ich hab kein Bild. Daisy. Ja, es gibt auch noch kein Bild. Ihr müsst jetzt einen Server suchen. Seid ihr dabei? Oh, ich hab eigentlich gerade überhaupt keinen Bock. Ich suche, ich suche. Und du bist jetzt nicht gebunden. Bist du traurig, oder? Ja. Da dachte ich mir schon. Was war das für ein Chat-Programm, Hendrik? Was für ein Chat-Programm? Ist das nur ein Plugin für Chrome, was das Giveaway macht, wenn du das meinst? Ich nicht. Ich lese hier Fragen vom Chat-Programm. Ja, und... Und du ignorierst alles. Ja, weil ich ja gerade andere Sachen anders machen bin. Ich kann nicht 24-7 in den Chat lesen. Lesen. Das ist wirklich schwach von dir. Tut mir leid. Die gucken auch 24-7 deinen Stream, dann kannst du auch 24-7 in den Chat lesen. Ey, ich gib mein Bestes. Hast du jetzt einen Server, du Kekswurst? Ja! Was sagst du? Oh, der ist voll. Nein. Doch, ist er. Ja, ich weiß. Der Swagmeister 2000 ist hier drauf. Äh, 3000. Oh, tut mir leid. Musst du irgendwann mal eine Pizza verlosen? Naja, theoretisch hätte man sich mit den 20€ auch 20€ Pizza kaufen können. Wie kann man private Nachrichten anschauen auf Twitch? Ähm, warte, ich kann dir den Link dafür wahrscheinlich sogar auch geben. Jetzt müsstest du... Das lädt, das lädt, das link. Hier. Geh einfach auf diesen Link. Dort müssten dann deine Nachrichten stehen. Dort müsste dann deine Nachrichten stehen, ja. Dann müssten dann deine Nachrichten stehen, hab ich gesagt, Mann. Nein, müsste dann. Nur mit zu. Nein. Doch. Alter, hier sind vier Kühe. Die Scheiß-Server ist immer noch voll. Vier Kühe. Das Giveaway war grad eben, ja. Nico, ist das so kurz verpasst. Ciao, Mitkin. Oh, come on. Ja, ich bin noch nicht auf dem Server. Ich kann das Pause-Bild noch nicht weg machen, Leute. Oh, das ist so schwach von dir. Ich mach jetzt gleich die Kühe alle selber tot hier. Jetzt. Wait for Host. Wow. Dann kann ich jetzt auch gleich Bilder machen. Warte, ich krieg jetzt Build. Da ist sie. Let's go. Alter, der hat ne hunderter Pinger, Alter. Was ist denn da los? So. Warlock. Vielen Dank für dein Follow. Ja, der Pinger geht auch wieder runter. Was? Der Server, der hatte bei mir nen 60er, 50er oder so. Lol, jetzt hat die Macke rauf wieder Magazin. Oder? Oh oh. Ne, ich hab Detach gedrückt und ich... Oder ist das jetzt hier oben? Ja. Martin, willst du dich nochmal ausziehen? Ne. Oh. Ja, klar. Warte, ich komm jetzt. Wenn ich draufkomme hier. Ach so, was ran. Weil du bist noch online übrigens. Warte. Na, ich musste auch ziemlich lange spammen, muss ich da raufkomme. So. Oh. Ey, sind sie alle weg. Naja, wenn sie nur... Wenn sie einzig und allein nur wegen dem Giveaway hier waren, dann... Das ist auch nicht so wichtig. Aber wenn vielleicht der ein oder andere den Stream hier dadurch entdeckt hat, und dachte, hey, das sind voll die Mongos. Die finden sich lustig. Also, aber wenn ich jetzt nackt bin, ja? Wenn ich jetzt nackt bin. Dann muss ich nacken. Aber ich sehe eigentlich, der ist dort leistet schon im Umfeld. Ach ja. Ne, da hinten steht er. Folki. Ey, was ist denn mit euch los, dass sie schon mal alle ausziehen müssen? Oh. Alter. Was soll der Shit? War das knapp? Weiß ich nicht. Ich hab's nur gehört. Lukas macht die Bugbewegung. Ich schießt die ganze Zeit schon auf, Hendrik. Das find ich cool, dass es bei mir nie gehört. Pfff. Ja wirklich, schon mindestens 10 Schuss auf dich abgekriegt. Nichts gehört nicht zu tun. Auf Martin hab ich auch schon geschossen. Wo wollen wir Kühlschießen machen? Ich hör das doch die ganze Zeit da wo. Komm, wir klettern oben. Na, ich warte doch die ganze Zeit hier auf Kühlschießen. Na, lass uns bitte gleich auf das Ding hier oben drauf klettern und von da oben Kühlschießen. Oh God. Ja, wir müssen nur aufhören, weil sonst gegenseitig nicht runter... Obwohl, ne, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich find's ne gute Idee. Wenn drei Leute da oben sind. Ja. Hendrik klettert vor. Ich find's deshalb ne gute Idee, weil's ne schlechte Idee ist. Oh, es geht gar nicht. Guck mal, du kannst gar nicht. Doch, kann man. Ich wollt schon sagen, geht gar nicht. Oh, auf einmal backt der in mich ein. Was ist denn das? Alter, alter, alter. Alter. Jetzt geht er rauf. Oh mein Gott. Alter, nein, nananananananana, das ist gar kein déb weg, gib mir weg, gib mir weg weg. Komm hier bloß nicht hoch. Es ist doch mega eng. Ich glitsche hier, einhundert prozentig runter. Ich komm hoch. Nein! Ich komm jetzt. Nawarr. Ah, gib weg hier, bitte, bitte. Ich bin über die... Alter, Alter, Alter. Ja, wir sind da. Ich dachte, hier wären bisschen mehr plant. Ich steck einde in dem Arsch. Guck mal. Ehhhhh Ey, wir wollen mal ein Gruppbild machen, komm mal mit dazu Hendrik, komm mal ein Stück unter Oh Gott ey So, ne Arsch in Arschbild, ja, steck mal Warte, jetzt Komm noch ein Stück, komm noch ein Stück, noch ein Stück, warte, warte Noch ein Stück hoch Ey, hier muss einer der unterste oder der in der Mitte machen Ich mach das, ich mach das, hab nen guten Winkel Das ist wie was aus, die iPod Folge Ja, hab ich's gemacht Jetzt nicht, hör auf, boah, jetzt gleitet den durch mich durch Wir sind allein, oh mein Gott Hier, komm jetzt bitte ich gehe jetzt hier runter Warte, bleib, bleib, bleib steht, bleib, 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 bleib! Das war ein gutes Bild Warte, warte Ja bleib so, bleib so, ich mich den Rest Kann der mit der kaputten Jacke mal hoch Oh Stega, ja, sli, ne Iอยi Jetzt haben wir den sechsarmigen Typen. Den sechsarmigen Turm. Was ist da los? Oh Mann, wir machen nur Scheiße. Ich dachte, wir wollen da jetzt hoch. Nein, ey, geh mal hoch da. Und dann guck mal bitte, wie viel Platz da oben ist. Wir gehen da jetzt hoch. Du kannst nicht mal, glaube ich, auf die andere Seite gehen. Du gehst schon vorher runter. Ich geh da nicht vor. Oh, du bist ne Pussy. Ne, ich hab nur keinen Bock hier von dem Ding runterzufallen. Ja, halt, 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 wo fangen wir an? Ja, dann ne. Hallo, 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 hallo. Bin ich von mir aus. Wer denn mal? Die braune. Oh ja, lol. Nein, das ist doch nicht so. Lol, die ist umgekippt. Oder hast du geschossen? Nummer zwei tot, ja, ich schiebs grad, Nummer zwei ist tot. Hör doch mal auf, du musst da hinten rechts, weil man, wenn man erst wieder aufführen muss, wenn man nicht tot macht. Ey, Tordi, ihr schießt einfach, ihr hört gar nicht mehr auf, die Penisse. Ja, die sind alle tot. Ihr seid solche lame-Wix-Wix-Wix-Penisse. So jetzt. Alter, man darf so lange schießen, bis man einen nicht tötet mit nem Schuss. So war das. War es so? Nein, oder? Doch! Also, wer, wer wird jetzt nackig weglaufen? Vor mir! Ey. Ich hör immer noch nicht die Schüsse von... Ich lauf weg, ich lauf weg. Ich lauf weg, ich riskier das jetzt. Auch wenn mein Zeug dann weg ist, deswegen so, wo ich's noch an. Wie viele Slots hat der Triple Hunting weg? Over 9000. Jetzt kommt der Makarov-Test. Bin ich mal gespannt. Okay, ich teste die A101 währenddessen. Nee, bin ich nicht so... Aber ich bitte euch nicht an mein Loot, ja? So. Nee, sag Bescheid, wenn ich nicht schießen kann. Kannst schon. Mach's. Oh Gott. Da. Du kannst schon. Das war jetzt nicht so herausfordernd. Aber sofort... Ah! Hallo! Was ist? Oh Gott, ich verbind dich. Ich verbind dich. Er blutet bei mir aus den Beinen. Oh Gott, ich hab noch einen Zeh liegen drücken. Merk' ich auch. Eins hab ich. Oh, war das schlecht. Hat das viel Damage gemacht? Na ja, das Bluten jetzt, hab ich nicht. Nö, eigentlich so nicht. Aber so... Äh! So, ich muss mal mein Gears verpackt. Jetzt mal alles. Nee, das ist mein Twitter-Account, nicht der von Night One. Alter! Ich bin schon hier, Ding, danke. Okay. Ich hätte damit die Kühe abschießen können. Oh, sieh zum Thema, Arschloch, Siegseg weg. Oh, Alter! Ja, sieh versucht aufzuhelfen. Wo wollen wir jetzt weiter? Boah, er kriegt's nicht aufgehoben. Puh, mein Glück, ich hab niemanden erzählt, dass ich mich nicht bewegen konnte während das Wärme nach dem Wärmen. Ich brauche einen Brunnen. Schieß wieder auf ihn. Ach, das ist der Kompass. Ich dachte, das wäre niemanden. Ich dachte, das wäre niemanden. Piu, 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 piu. Das hier ist genau Süden. Da ist mal ein Brunnen jetzt und dann kommst du Süden. Ist ein Brunnen. Der hat sogar Animationen, andere als würden die Leute langkommen. Der Turm, auf dem Turm war mir schon, der ist selbstmörderisch. Wo seid ihr jetzt? Im Supermarkt. Wo ist der Supermarkt? In der Stadt. Hier ist ein Supermarkt. Wo ist Martin? Da. Hier ist der Morphin. Ehrlich? Habt gelootet, ja. Ist ja ne Wasserflasche. Wollen wir die mal mitnehmen für den Anzfall? Ich nehm die mit. Falls oder einer stirbt, irgendwo. Im Nichts. Wie ich's echt nicht treffe. Ah, was? Ah, er trifft dann doch. Na, ein Nightbot an ist, damit die Mods, Commands benutzen können, um den Titel und so'n Scheiß zu ändern, zum Beispiel. Ich muss mal hier nochmal zum Brunnen. Aber wenn das irgendwie das letzte Mal nicht funktioniert hat. Ja, meines Bein sieht so komisch aus. Was soll das da oben auf dem Brunnen sein? Ehrlich, weißt du, was ich dir immer noch sagen wollte? Hm. Das hier. Warte. Nee. Da warst du nur gewartet. Alter. Da warst du nur gewartet, da warst du nur gewartet, da warst du nur gewartet. Bis. Oh, 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 oh. 5 Euro, 5 Euro direkt bar. Hahaha. Ah, das wär'n Döner. Sorry. Muss es den Kopf treffen? Hendrik, 10 Euro direkt bar. Also so muss es ja den Kopf treffen, jetzt. Ich sag dir ich krieg den Damage durch Drück ab und wir sterben meine. Ich will euch da auslachen. Nein 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 nein! 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 Ich bestreng doch hier nur! Och alter! Ich laufe jetzt weiter. Ihr macht mir wieder zu viel Blödsinn. Ich hab dich nicht getroffen hab man! Das ist so finster man! Ich schieße ihn in den linken kleinen Zeh. Da kriegt man übelst viel Damage. Martin hat mir mal in den Zeh geschossen und ich bin umgefallen. Direkt? Das ist so geil! Oh ich wollte das nur mal testen und ich liege da auf dem Boden ohnmächtig. Und schauen direkt schon mal zweis kurz vor dem Atem den wir hätten. Wir hätten nicht sofort reagiert. Hier Richtung Süden. Wo müssen wir hin? Moment. Ich bin jetzt schon willkommen in Balota an und ich hab überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel. Eigentlich hab ich jetzt schon überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel. Mhm. Genau hier hoch. Ja kein Axt man! Axt man! Ja vor mir läuft der Zombie aber renn weg! Oh jetzt ist er kurz langsamer geworden. Ich aber auch. Gute Nacht Tom Giel. Können wir was anderes spielen gehen. Wir können Battle Royale spielen gehen. Jaaa ne Runde. Jetzt? Jaaa. Ein Lokomus jetzt hier oben außen in den grünen Haus. Na ich ich nicht. Warum nicht? Weil ich keinen Bock auf das Spiel hab. Ich werd dann W.O.W. jetzt erstmal ne Runde nochmal leveln. Ich muss den eh jetzt noch. W.O.W. werd ich jetzt nicht. Den Zombie noch weg axten da unten. W.O.W. Was bleibt der denn? W.O.W. W.O.W. Na? Ich hoffe Battle Royale funktioniert ey. Ich hoffe das ist ein paar anständige Zahler. Wir kommen zusammen auf einen raus. W.O.W. Wo müssen die Flair jetzt hin? Na ich seh's aber. Es leuchtet noch oder? Ich weiss wie. Ich glaub das ist Shemlight eher oder? Hinrich lockt ja hier draußen aus. Ne eigentlich drin aber. Martin mitten in der Wand. Da wirst du noch wo ich einlogge. Was muss ich für Battle Royale starten? 1x3 ja? Ja mit dem Start Command Mod Plan muss ich dir das geben. Ja wir haben ja nie wieder was anderes gespielt oder? Na dann müsste das bei dir einfach so gehen. Spiel mal Minecraft. Musst du nicht erst updaten? Momentan nicht. Start Option Battle Royale ist drin ja. Mal das Modus beenden. Zack. Zack. Das ist ein UK Server frei. Regular. Schnell nur einer. Okay ja. Wir versuchen das möglichst zu beeilen. Wenn man theoretisch Zombies looten kann aber da ist noch nichts drin. Früher gings mal in der Mod Zombies auch zu looten dass da Items drin waren. Nichts besonderes. Mit Glück mal ein Magazin. Hast du gestartet Hendrik? Mein Armer startet ja. Mein Armer startet ja. Bootcamp weiter. Will ich nicht. Battle Royale zeigts an. Geh ich jetzt auf Spielern. Multiplayer. Mhm. Filter. Battle. Steht drin. Okay. Zeig mir keine Server an. Ja dauert nur. Meine. Ich hab kein offen. Aber mir alle geschlossen. Ein US Server der offen ist. Du 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 du. Du 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 du. Wir spielen noch genug, ja. Da würde vielleicht gleich... Im US-Server kommen. UK7 kommt gleich. Das ist Spielen, nur noch zwei. Dann kurz mal warten. Hendrik, wo fliegen wir hin? Zum Airfield? Kommt drauf an. Du kommst jetzt an unterschiedlichen Stellen raus. Das müssen wir spontan entscheiden. Teilweise kannst du direkt zum Airfield. Teilweise gibt es da so andere Militärbasen. Ich werde dir das dann ansagen. Du musst mir das quasi führen. Ich werde dir das führen, ja. Wir müssen jetzt kurz warten, bis der Server da ist. Anders geht es leider nicht für Battle Royale. Mit was schneidest du Adobe? Adobe. 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 Adobe, hast du das, ne? Adobe. Adobe. Da wird es eh nur warten, euch mal ganz kurz. Drei Sekunden Werbung. Sehe ich nicht. Ist das das erste Mal Werbung? Nein, vorhin habe ich beim Gebuber ja nur kurz überhören. Ich stelle das ganz schön viel Werbung hin. Hier ist nichts zu sehen. Hm? Us 5, aber US-Servers kacke. Lass uns auf den UK warten. Ich bin so schwul wie alles andere. Daisy-Mucke kann man aus im Hintergrund. UBS dich nicht mehr. Da verschwinde ich gerade das Internet so ab, oder? Ja, tu das. Wegen diesen püttlichen Server bei Arma 3. Das liegt an Arma. Äh, wenn du mir auf Facebook geschrieben hast, schreibe ich dir das nach im Stream. Ähm, da, Jonax. Ähm, gebe ich dir das da. Wenn du mir auf Facebook geschrieben hast. Ja. Du, 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 du. Haha. Ciao. Clown. Mach's gut. Bist du, das Beste kommt immer zum Schluss. Zum Schluss. Na, der Klon macht das richtig. Der Klon macht das richtig. Ah! Da kommt noch der Rest. Ah! UK5, UK5, Martin. UK5, UK5. Jaaaa. Bin drin. Internetprobleme gerade. Okay. Wenn du das beschreibt, ob du das schaffst oder nicht. Ich habe draufgeklickt. Verbindungsvorgang gescheitert. Oh Gott. Oh Gott. Äh, noch ist glaube ich nicht voll. Oh, wieso bug den jetzt wieder so rum? Aktualisieren. Na, jetzt geht's. Und dann ist hoffentlich UK7 oder so gleich da. Könnten wir, während wir warten, vor allem jetzt irgendwelche Fragen in den Chat stellen, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Auf, was geht's? Es geht nicht. User in der Kanal, Zeit ist vorbei. Ok7 ist jetzt fertig, ja Martin ist auch noch nicht jeder da. Darf man mitmachen? Ihr könnt theoretisch mitmachen, ja. Es wäre halt nett, wenn ihr am Ende dann nicht Streamsnipe habt, aber das müsst ihr selbst entscheiden würden. Oh Gott, ist das nicht laut, ne? Martin will mitspielen, ja, deswegen warte ich ja auch grad auf ihn. Als würde ich ja einfach einen Server suchen. Man kann auch über die BR-Seite auf der Homepage connecten, ja. Aber die BR-Seite, wenn du da draufklickst, musst du erst dein Spiel starten. Und bis du das Spiel gestartet und es dann auf den Server gegangen ist, dauert das länger, als wenn du das hier im Ingame-Browser machst. Rantorn eher unwahrscheinlich. Ich mach für meine Subscriber das ab und zu mal, aber wenn ich das halt für alle machen würde, dass alle kommen können zum Quatschen, wird das glaube ich ein bisschen voll. Also, ich hab's dann auf den Server. Kurz Facebook gucken, kann ich machen, ne? Da komm ich jetzt kurz weiter. Wie die Musik hier heißt, das ist die A3-A3-Inro-Musik. Wenn du es mal googles findest, ob das bestimmt. Sollte gehen jetzt. Sollte gehen jetzt, gut. Na, bis dahin du das Spiel gestartet hast. Es ist geschordet immer noch, ich habe es gar nicht beendet. Also. Hm, wie heißt denn du im Facebook? Ich habe gerade das... Ah, ist aber da... Okay, ich habe dich, warte. Sieht man das gerade im Stream? Nein. Ich habe es dir jetzt auf Facebook geschrieben. Den Code. Äh, OBS in der Vordergrund. So, so, so. Okay, wir sind dann hier. Ich aktualisier mal. Hm, UK7 ist aber Hardcore. Oder, ey, UK1, 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 go, go, go. UK1, 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 wo habe ich UK1, Mann? Ist fertig, Regular. Connecten gerade ganz viele. Ist noch nicht voll. Da sind jetzt vielleicht 10 Leute drauf. Ich muss aktualisieren. Okay. 15, 20 Leute sind es jetzt vielleicht. 15, 20 Leute sind es jetzt vielleicht. Oh, Alter. Das ist immer bei AMA3. Kackt immer alles ab, Alter. Das geht mir auf den Sack. Ist gleich voll. Ja, kann ich nicht. Kann ich drauf, Mann. Das kannst du vergessen. Kommst du auf gar keinen Server, oder geht jetzt nur der nicht? Er lädt immer einmal die komplette Serverliste und dann kackt's ab, Alter. Dann blockiert irgendwas, Alter. Und dann geht's nicht. Ja, dann klick doch einfach nur noch drauf. Weißt du, du lädst die einmal und dann klick halt nur noch auf den Server drauf, anstatt komplett zu... Ja, das klappt aber nicht. Hab ich doch gerade versucht zu erklären, ne? Okay. Soll ich hier disconnecten oder was nochmal? Ja, das klappt aber nicht. Ja, das klappt aber nicht. Das klappt aber nicht. Ich starte jetzt gerade das Spiel nochmal neu. Okay. Ja, ähm, disconnect immer. Ja, ja, geht grad schon, warte. Ich weiß nicht, ob der Escape funktioniert. Ja, der Escape hat funktioniert. Ja, so UK1 ist bei mir immer noch nicht voll. Und was dann hätten wir auch noch UK7, wäre halt Hardcore. Warte. Echt? Oder? Das regt mich so auf, dieses Scheißspiel, ey. Du kannst nicht nachjoinen. Wenn er einmal angefangen hat der Server, dann ist eh vorbei. Aber ich, stimmt. Du könntest theoretisch versuchen, einfach auf mich drauf zu klicken, um mir hinterher zu joinen, anstatt die Serverliste zu laden, wenn ich drauf bin. Martin. Bist du gehen. Ja. Machen wir das gleich mal probieren. Ich starte gerade. Das bringt immer mein Internet zum Abkacken. Ich weiß nicht, was das Spiel macht, Alter. Nur dieses Spiel. Ich weiß es nicht. Mach Bescheid, wenn du es gestartet hast. Waste stand gerade nicht. Ich hab's gestartet, aber... Du siehst gar keine Server, oder was? Nein. Nein. Dann versuch mir jetzt mal hinterher zu joinen. Einfach über Steam. Du bist nicht online. Warte. Online. Bin drauf. Müsste auch, glaube ich, noch ein paar Plätze drauf sein. Server antwortet nicht. Komm da bei mir. Oh fuck. Warte, ich starte jetzt nochmal den Server, den Ruder neu und dann probier das auf die Weise nochmal. Okay. Das Spiel braucht eine Bambusleitung, naja, auf jeden Fall. Und mit was bezahlt man, wenn man abonniert? Siwach, momentan geht das nur leider mit Paypal, aber Twitch arbeitet momentan daran, dass das auch mit anderen Sachen geht, wie zum Beispiel PaySafe Cards und sowas. Aber wenn das soweit ist, werdet ihr euch schon Bescheid sagen. User in your channel timed out. Wir sind gleichzeitig getimed out und sind so ein mega Echo gab. Hammer geil. Der Franzosen-Server ist ja gleich frei. Ja, mal gucken. Stimmt. Da sind nicht mehr viele drauf. Wie stimmt. Kannst du mal vielleicht unter Umständen ein Video machen, wie man Battle Royale installiert? Das kann ich dir jetzt ganz kurz zeigen, weil wir jetzt eh nichts zu tun haben. Warte kurz. Aufnahme. Steam. Steam. Das zeige ich am besten auch. Du lädst dir. Du jubelst einfach Battle Royale. Dann kommst du auf die Arma Battle Royale Seite. Das lädst du einfach herunter. Warte mal, wo ist mein verdammter Desktop? Und das lädst du dir einfach herunter. Dann gehst du in deinen Steam Apps Ordner, in deinen Common Ordner. Und hier hast du einen Arma 3 Ordner. Und dann tust du das einfach hier entpacken. Und dann siehst du hier drin, Arma Battle Royale. Und dann brauchst du eigentlich nur noch bei Steam, Eigenschaften, Startoptionen, diesen Befehl dazu machen. Minus mod gleich add Battle Royale, so wie der Ordner auch heißt. Das steht aber auch alles in der Beschreibung, wenn du es dir runterlädst auf der Webseite. Und dann brauchst du es eigentlich nur noch zu starten und im Multiplayer danach zu suchen. Und das war's. Du brauchst dazu Arma 3, ja. Ohne Arma 3 kannst du Battle Royale nicht spielen. Aber mir regnet es auch gar nicht, ja. Weißt du jetzt Server? Ne, gerade nicht. Jetzt sind wieder alle besetzt. Wir können auf den Franzosen-Server warten. Da sind noch vier Leute drauf. Oder einen US-Server, da hab ich aber keine Lust drauf. Ah, Battle Royale ist immer so ein Geduldsspiel. Deswegen geht mir Battle Royale eigentlich immer so auf den Sack, das zu streamen. Welchen Vorteil hat man, wenn man dich abonniert, außer dass man dich supportet? Unten stehen noch ein paar Sachen. Du kriegst zum Beispiel meine Skype-Daten. Du kannst an einer Teamspeak 3 Talkrunde teilnehmen und viele andere Sachen. Ich werd da bestimmt auch noch ein paar andere Sachen in nächster Zeit reinhauen. Ich bin ja noch nicht lange Twitch-Partner. Ich werd mir auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen überlegen. Ja. Eventuell auch mach ich noch ein Forum. Wo man sich dann auch noch mal untereinander austauschen könnte. Und es gibt natürlich auch noch Smileys, die ihr bald benutzen könnt. Aber da warte ich grad auf Twitch-Antwort. Ich weiß nicht, ich kann mal gucken, ob ich ne Antwort mittlerweile hab. Ich weiß nicht, ich kann mal gucken, ob ich ne Antwort mittlerweile hab. Du kannst halt theoretisch auch, wenn du ein Paypal-Konto hast, einfach 5 Euro von deinem normalen Konto auf dein Paypal-Konto überweisen. Aber schon ein bisschen umständlich. Stimmt. UK1 ranked ist da. Willst du Hardcore spielen? Nein. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen gedulden. Die Franzosen-Server spielen immer noch 4. Du müsst theoretisch ist das Abonnieren monatlich. Aber du kannst es jederzeit kündigen mit einem Klick. Also es ist nicht so, dass du jetzt 2 Jahre oder so bezahlen musst oder so ein Scheiß. Aber von der Idee her ist es das, monatlich halt dann demjenigen zu supporten. Wenn du mich deabonnierst, läuft das nach 30 Tagen aus. Also dein Logo hast du auf jeden Fall dann nicht mehr. Die Skype-Daten und so, die hast du dann natürlich noch. Und ich werd dich wahrscheinlich auch nicht einfach wieder runterwerfen. Wieso kann man keine eigenen Battle Royale-Server hosten? Ich glaub, das kann man machen, wenn man die Leute da mal anschreiben würde und nachfragen würde. Kannst du das, glaub ich, machen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Hat vielleicht auch was mit Cheatschutz zu tun. Ich weiß es nicht. Twitch ist dann quasi Pay-TV, ja. Du-du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du-du. Sind immer noch vier Leute. Oh, Geduld am Ende, Alter. Sorry, aber Penis, ja. Ja. Ne, mit PaySafeCard geht das halt leider, wie gesagt, momentan noch nicht. Twitch arbeitet momentan daran, dass sie da auch andere Bezahlmethoden einbauen. Aber es kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Vielleicht kann man auch irgendwann mit Amazon Payment das machen. Jetzt wo es von Amazon aufgekauft wurde. Könnte man nur abonnieren, ohne was zu zahlen zu müssen, aber dann halt nicht mit Vorteilen. Verstehe ich nicht. Du kannst folgen, followen, das ist im Grunde genommen Abonnieren ohne Vorteile. Hier ist so ein Güffelserver, gerbla. Ich weiß nicht, ob der vertrauenswürdig ist, ob der funktioniert. Ja, ich geh einfach mal drauf, mal gucken. Aber noch nicht nachconnecten, aber... Ja doch, connecte mal, connecte mal. Connecte mal, connecte mal. Go, 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 go. Pimmel. Ich wurde aus dem Spiel entfernt. Ähm, PlayerCardman kicked off, ja, probier's nochmal. Weiß nicht, wieso. Ja. Ach, ganz ehrlich, ich hab geen Bock. Das ist mir echt zu dumm. Okay. So, jetzt laden wir den Server. Jetzt laden wir den Server. Ja, dann nimm den Gea. Der heißt ganz komisch nur mit Gea bla 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 x. Keine Ahnung. Das ist der eine, der herausstricht, wo Deutschland halt dran steht. Wer hat den schon umgekickt? Ja, warte, der nimmt einen anderen. Durchgeschissen. Jetzt, weil wenn du den Server jetzt hast, dann ist er halt durchgeschissen. Der sah eh schon komisch aus. Was sind deine Vorteile? Was sind denn die Vorteile? Das habe ich gerade eben erklärt. Schau einfach mal unten. Scroll mal ein bisschen unten. Da steht abonnieren. Und da stehen die Vorteile drin. Und ich denke mir immer noch ein paar andere neue Sachen aus. Oh, UK1. Ach komm. Auf dem Französischen sind noch drei Leute übrig. Mit dem Tablet am gucken, da steht nichts. Ja. Ach. Im Sixer Pack Monster Energy, obwohl ich morgen Schule habe. Oh Gott. Geh. Ich würde mir das jetzt nicht alles reinkippen. Boah, Alter, Battle Royale ist hier echt Server Simulator 2000. Auf dem Franzosen-Server sind es noch zwei. Hast du den FR1 regular? Also der... Ne, ich habe schon Internetprobleme, Alter. Und wie denn? Mhm. Ja, wollen wir es dann lassen? Jetzt wird Gritte nicht neu starten. In den nächsten drei Minuten so. Dann hat es gerade keinen Sinn, Hendrik. Aha. Ja, wollen wir sonst Grid spielen oder noch was anderes? Oder wolltest du aufhören? Ja, ich hoffe. Na gut, dann versuche ich jetzt selbst nochmal auf den Server zu kommen. Ja. Tut mir leid. Ja, ist ja nicht deine Schuld, wenn der Server, wenn dein Internet so rumspart. Das ist nur bei dem Pimmelspiel, Mann. Ja, bei Daisy passiert es bei dir auch irgendwie, wenn du mehrmals was versuchst, oder? Ja, na ja, dann, aber dann muss ich es richtig oft machen. Würdest du sagen, für 600 Euro PC aufrüsten oder 1300 Euro Neukaufen kommt auf den PC an? Auf deinen alten PC, ob sich das lohnt, den aufzurüsten? Also ich am liebsten trinke, am meisten trinke ich eigentlich ganz normales Wasser. Unverdünnt. Jetzt brauche ich wieder einen Server. Auf dem Franzosen-Server ist noch einer. Der Erbeidseger ist noch einer. Come on! Du sagst mir, wenn einer frei ist, okay. Wie lange dauert das denn Bis hier mal so ein Spiel losgeht Es hätte eigentlich schneller losgehen können Aber wir haben halt auf Martin noch gewartet Was leider nicht funktioniert hat Wir haben leider auf Martin gewartet Leider Ja Hendrik bereut es auf Martin gewartet Ja da es jetzt nicht funktioniert hat Im Grunde genommen schon Ja klar Hätte es funktioniert hätte ich natürlich bereut Nicht auf ihn gewartet zu haben Das ist doch ganz logisch Hä Was hat das mit toller Freund zu tun Ich hab doch extra gewartet Man kann auch manchmal einfach für Freunde wartet Ja hab ich doch Auch wenn es nachher vergebens ist Ja hab ich doch Das muss ich toll finden Man bereut es aber einfach nicht Ja man bereut es nicht Weil man es für einen guten Freund getan hat Ja Okay Dann halt es Maul Fick dich Ich gehe jetzt nicht mal Pelle Royale spielen Wie lange dauert das eigentlich Bis so ein Spiel bei dir starten Fick dich I can saymi chunga in 7 different languages Battle Royale is hunger games als armer dreimon Battle Royale is hunger games als armer dreimon als Battle Royale. Ja, aber Hunger Games ist... etwas verbreiteter. Hunger Games ist wie Battle Royale. Reicht dein i5 fürs Gaming? Ja, dicke, i5 ist super fürs Gaming. i7 brauchst du eigentlich nur, wenn du streamen willst, enkodieren willst oder sowas in der Richtung. Oder einfache Sache willst, dass du den geilsten Prozess aus der Welt hast. Ja. Zwei noch, come on, Gas jetzt. Ja, auf den Franzosen-Server. Oder? Was ist der denn jetzt? Geh den gerade, ich glaub der restarted gerade. Go, 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 go. Da ist er. Kennt eigentlich jemand den Film Battle Royale 1 und 2? Ne, ich kenn den nicht. ich könnte nicht ich könnte nicht was geht da abschlachten die sich alle tot oder was ne ich bin auch schon drauf was ist bäm die epic version vom link in der umgang habe jetzt der ist auch schon item level 600 die epic version und wie kriegst du dann die legendäre legendäre version wenn ich die gäste jetzt weitermachen kann eine 3k leitung auch so lags liegen also fps drops nee das liegt nicht an deinem internet liegt an deinem pc oder am spiel was du spielst oder am internet ich weiß nicht das müsste so so küffelig programmiert sein wenn deine fps droppen weil dein internet lag also es hart droppen so kommt natürlich darauf an jetzt wo wir rauskommen auch gott ich hoffe das wird nicht so eine mega kurze rund und wir kommen irgendwo am arsch der welt raus natürlich super kacke einfach mal max kämpfeln markieren und weiter das ist ein japanischer film ja ich habe ich habe das schon mal irgendwie so also ich habe ihn nicht gesehen ich habe immer wahrgenommen aber ich habe mir dann nicht angeguckt battle royale ist ein server suchsimulator ja wir haben es endlich geschafft moin erikim ist das eigentlich normal dass wow gamer einen auf noob server übelst zu pissen ist nicht wahr fick dich jetzt die kackloops spaß die kackloops ich denke das ist im internet normal das kann man nicht auf ww beziehen ich habe bisher kein spiel kennengelernt wo sie nicht ultra geflammt haben das ist in lol das ist in cs das ist in daisy herr der ringe online das ist in ww da ist es auch ein herr der ringe online habe ich also ich habe da nur nette leute gefunden und gesagt hey ich helfe dir mal hier ja weil du ein buschmensch warst man mann mann nick hallo hallo my friends ihr seht so kacke aus hallo b bitch oh gott lecken die 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 das ist ja das tomate bei dir mit auf dem server könnte sein oder so aber schreibt warum die kitty spam die map mit kreuzen ja machen sie ja hey you yo white come me 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 oh gott kann er bitte mal das flugzeug laden ich habe keine lust mit den ganzen verrückten hier eingesperrt zu sein schau tomate schreibt ja das auf dem server du wirst gestreamst nein ja tomate ist ok tomate wird schon die vorteile nicht benutzen ja 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 da hört das ja wieder auf bringt es was mit der 6000 internet internet und solche solche spiele zu zocken klar mann ich spiel auch nur mit ne ich spiele grad die ganze schlechteren ich spiele mit 3000 download und 3000 upload 6000 reicht dicke ja zum zocken brauchst du tausender leitung mindestens würde ich sagen 2000 optimal und natürlich alles darüber cool ja es geht immer nur ums downloaden und so weiter und uns hochladen wenn du dann wirklich eine höhere internet leitung und es geht halt um den ping beim zocken es darf was nicht umlegen ich hatte eine ganz lange zeit hatte ich eine 2k leitung und hendrik hatte die 6k leitung und da hatte ich einen wesentlich besseren ping als er oh gott das camp oh nein es ist das camp ey das kann eine kurze runde werden jetzt habe ich sowieso da so einen besseren ping als er also ich habe 25er ping mit dem internet hier das ist relativ gut oh gott der lomade hat back er steht noch auf dem feld ja kenne ich teilweise aber ist nicht so schlimm wenn du noch hinten am leuchtturm stehst kannst du jetzt einfach loslaufen alle werden jetzt wahrscheinlich versuchen hier ins camp zu kommen weil in dem camp sind relativ viele waffen ich werde versuchen eine waffe zu holen und dann werden wir ein bisschen camping simulator spielen was intelligent ist was man kann weil es sind hier relativ viele runter gegangen werden wir versuchen wahrscheinlich auch die waffen hier zu schnappen ich hoffe es ist keiner vor mir da gibt gas mal auf k ok das ist eine 15k leitung gut ja gut in welchem verhältnis zum zocken und so reicht es dicke zum streamen wird es knapp oh gott der hat sich wehgetan damals im verhältnis in deutschland ist es gut zum verhältnis was geht es ist schlecht weil beispielsweise martin und ich haben hier nur 150.000er leider was geht was geht jetzt geht es Was geht? Wir haben eine Runde Battle Royale. Was geht bei dir? Oh, hauptsächlich heute. Ich hab die Vitrine und die Bühne sauber gemacht. Bist mega leise bei mir? Hm, nein, er ist leise. Er ist leise, ja. Mega nicht, aber du bist leise. Die haben neue Waffen eingebaut in Battle Royale. Stimmt, es gibt jetzt glaube ich auch Sniper in Battle Royale. Die sind nicht mehr so ultra mega... Urst selten. Bin ich jetzt lauter? Ja. Da war irgendwie das von runter geschlägt. Die Lautstärke. Oh Gott, der Rucksack ist ja voll scheiße. Ich hab wohl Voice-Attack gemacht. Ich hab meine Vitrine sauber gemacht, Hendrik, heute. Nice. Oh Gott, ist der Rucksack scheiße. Ja, pack's ein. Mach hier nicht ein. Oh Gott, pack, 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 pack. Packet, packet Kuchen. Welches Programm benutzen wir uns zur Videobearbeitung? Ähm, Adobe. Primär. Adobe. Oh Gott, der Rucksack ist scheiße. Aber ich nehm's ja erstmal mit Druckschissen. Muss den auf jeden Fall loswerden, wenn's irgendwie später irgendwie nur darum geht, irgendwie sich ein bisschen zu verstecken. Wie Farbe hat er denn? Er ist riesig groß. Von der Tarnung, von der Kamu ist es einigermaßen okay, aber er ist riesig groß. Und einfach scheiße. Oh nein. Ich bin ein ziemlich schlechter Kopfgeldjäger. Habe ich gemerkt. Wieso? Das versucht Leute zu fangen. Ne, ne, ja, abzuschießen halt einfach. Äh, hier. Auf jeden Fall. Irgend so ein NPC hin, mach den letzten Schuss und krieg das Kopfgeld. Der NPC. Wieso hat das Ding nur so kacke geschossen, ey? Oh, fuck my life, ey. Schon vorbei? Hahaha, Mann. Ja, ich hab angehalten. Ich drück und das Ding schießt. Ich schieß nur einmal. Ich glaub das war fucking Einzelschussgestell. Ich hab's gesehen. Das ist übrigens mein Raumschiff mit, äh, mit, äh, hier Sprache auch steuern. Hammer lustig. Das antwortet sogar. Hallo Siri. Ich fliege mich zur Toilette. Naja, aber ich kann mich auch bei meinem Bordcomputer bedanken. Hm. Zumindest ein Gebot. Oh man, die Legendary Quest ist ja ab sofort kacke. Jetzt hab ich keinen Bock mehr, glaub ich, wieder. Hm. Hm. 5.000 Punkte, das geht nur heute viel auf. Oh, das ist altes. Ich glaub, das muss ich mal wieder ausmachen. Ja, ja, die Waffe war Gimbel. Und auf kacke eingestellt. Hätte darauf achten müssen. Warum hebt man Waffen auf? Warum sind die automatisch auf Single Schuss gestellt? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn, ey. Server down. Hahaha. Rest in Pepperoni. Ich küsse wieder wie wild aus Lugos. Gut, dass ich dann runter bin. Ciao, Ludwig. Die Dings Quest soweit fertig. Die Umhang Legendary Quest soweit fertig. Dass ich nicht mehr raiden muss. Oh Gott, der ist Hardcore. Nein, drauf geschissen. Ich kann jetzt seinen Umhang noch holen, oder? Oh, wo geht der Server? Was denn hier los? Theoretisch ja, aber da ist immer noch ein Schritt jetzt, da bei der kacke ist. Ich muss... Ich muss... Danach musst du... Ich sag... Du musst 5000 kacke Punkte holen von der zeitlosen kacke Insel. Ich hab schon sogar... UK2 oder so, Hardcore. Das ist ja... Das ist einfach halt, aber... Du musst... Du musst die... In der Mitte diese Raid-Bosse vier Stück da, ne? Die... Die... Random-Bosse. Musst du alle vier einmal gekillt haben. Uuuuuh. Ja, jetzt muss ich die grad alle vier einmal killen. Das ist super. Also du stehst einfach da rum und wartest, bis wieder irgendeinen Angatz, den du nicht hast. Ja. Und dann... Okay. Also muss ich mal mit... Bis Mittwoch warten, schätze ich einfach mal. Bis Mittwoch... Und der andere... Kriegst du dann doch keinen... Aber den Kill kriegst du doch. Für die Quest. Ja... Da kommt jetzt auch immer wieder ein anderer, aber momentan macht den kein Schwanz hier. Ich bin hier grad, hier ist... Ja... Kein Astoro. Ich glaub Mittwoch machen die den immer erst, glaub ich, oder? Ja... Ja... Oft Mittwoch halt, aber zwischendurch immer wieder... Also theoretisch muss ich halt einfach hinstellen und warten. Der Unterschied ist, ähm, third person. Oder nur... Irgendwann kommt der da an, der dann sagt, ja ich brauch den jetzt und dann sammle ich ein paar Leute und dann greifen den an und dann machen wir hier mit und dann reicht das meistens. Die Legendary Quest 3 gibt ja erst Maxillen. Tatsache, aber trotzdem ist das behindert. Ich mein, ich glaub, um den Boss zu legen, reichen irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Leute mit Full Gear und dann ist der tot. Ja, denk ich auch. Der kann ja nix. Wie sammelt man am schnellsten diese Timeless Coins? Kann das sein, dass Tötschgott ein Problem mit dem Server, ne? Kann immer mal so. Warte, was hast du jetzt also... Was hast du schon gemacht? Du hast die Insel schon mal gemacht mit dem Schall? Alles. Alles wird im Kriege, glaub ich, hier. Äh, ja, Mobsfarm. Äh, Rears halt. Wieso kann ich nicht rein und raus scrollen? Das ist noch der Shit. Ah, 100. Äh, das ist glaub ich noch der effizienteste Weg. Ich kann nicht raus und rein scrollen, das ist ja Hammerkacke. Und... Ja, Rearsfarm und hier Relikte sammeln, aber die sind immer sehr selten. Gibt durch Zufall eins gefunden. Oh Gott, ich hoffe das reicht. Oh Gott, oh Gott, bitte nicht sterben. Alles gut. Oh Gott, da sind mehrere unterwegs, da ist noch einer unterwegs und der ist viel besser gelandet vor dem Scheißhaus. Fuck! Oh, es sind so viele unterwegs zu dem Scheißhaus. Oh, fuck. Wo wollen wir denn jetzt hin? Das Haus ist grad selbstmord, da sind so viele vor mir da. Wie viele hier wild rumrennen? Hahaha. Ihr habt keinen, der uns wohl hier hin muss. Ich hätte eher gehofft, dass ich zu den Häusern komme, da vielleicht irgendwas cooles finde. Oh Gott, ist da schon jemand drin? Gibt es hier überhaupt irgendwas? Hurray! Barrett! Hurray! Der lädt nur auf Medium bei dir, das ist komisch. Hast du das Spiel bei Steam gekauft oder bei MMOGA? Ja, ich habe das damals bei Steam gekauft, als es noch in der Alpha war. Und irgendwie, was hat das gekostet? 20 Euro? 18 Euro? Ja. 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 Und ich kann hier von hinten überfahren. Er fährt mit dem Auto, heizt es voll gegen die Steine. Hahaha. Ah, sehr gut. Oh Gott, oh Gott. Kommt da noch ein Auto? Lol, ich habe es gesehen. Oh, lol. Oh, die sind im Team, die Spaten. Guck dir das mal ein, der streicht da jetzt ein. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Auf lauf, 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 lauf. Oh Gott, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Oh, der fährt nicht zu mir. Doch, der fährt zu mir. Lol. LOL. Oh fuck you, man. Das Ding ist gedeesingt, voll irgendwie über die ganze Map und auf einmal bin ich tot. Oh, ey, dieses Spiel ist genauso schön. Dieser Potato-Armor-Netcode. Da krieg ich es doch echt dazu. No, heu... Woll behindert, oder? Ich bin perfekt ausgewichen auf einmal. Mrraa, hau und tot... Das ist geil. Das ist scheiße, ist das praktisch meses. Ne, das ist das geil. Heu, das ist ganz gesund. Die Leute, die den Netcode entwickelt haben, gehören wirklich... Ich bin echt geschlagen, ey, und vertrügelt. Ja, natürlich ist es Battle Royale, aber kacke ist es trotzdem. Ist halt der Lag, ey. Wenn der Lag nicht gewesen wäre, hätte ich dem ja eigentlich versuchen können, auszuweichen. Oh Gott, scheiß, das Spiel gerade, da hab ich nur noch einen weißen Bildschirm. Hm. Meine Augen tun davon, wie man so weiß ist, ey. Was ist das denn jetzt hier in WoW? Er wird ausloggen. Och komm, ey, ist das jetzt abgeschissen oder was? Was ist denn das? Weißer Bildschirm. Hallo? Oh Gott. Mir geht gar nichts mehr. Doch, ich komm noch raus. Tschüss, Arme. Einen Versuch gebe ich dem Gefühlsspiel noch. Was bringt es, ein Abonnent zu sein in der Auge? Das steht alles unten. Was du da für Vorteile hast. Einfach ein bisschen runterscrollen in die Info. Ich könnte Daffica dich mal im Command für fucking weißt du denn jetzt Nightbot machen, ey. Spiel mal Grid. Aber wir haben in den letzten Tagen Grid gespielt und alleine hab ich da ehrlich gesagt wenige Lust zu haben. OK Regular 2 ist gleich frei. Als Hordi bekommst du kein Skorpion-Mount. Klar. Als Gilden-Mount. Das Gilden-Mount ist alleine ein Skorpion-Mount. Daran kommt man relativ fit. Neun Gaps. Dazu noch der von Ruf von den Klaxi. Hm. Kann auch jeder haben. Hä? Ist das bei der Hordi hat doch das Skorpion-Mount. Hä? Die Typen, die haben das Löwen-Mount. Die alle. Das kann man lassen. Star City Arena-Modul ist draußen. Oh. Oh, Briefing. US. Ne, US. Geh. Ne, US. Geh. Ne, ne. Ne, 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 ne. Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich wieder am Anfang. So dämlich. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Nein, nein, nein. Du stirbst immer so. Heute wollte er mir beweisen, wie gut er ist. Und jetzt. Einmal. Oh, ich hab das nicht umgestellt, die Waffe. Und das war dann. Ja, es war's. Das erste Mal war einfach Dummheit. Das zweite Mal war einfach wieder Deezing. Ja, ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Der Wagen perfekt ausgewischt und der. Ganz genau gesehen, wie. Ich da reingelaufen bin. Ganz normal gefahren ist. Hab ich öfter schon im Straßenvergär gesehen, in Flensburg wie Dinge. So gefahren ist. Stell dir vor, die Leute von Arma 2, oder von Arma allgemein, die würden bei Google Car arbeiten, die die selbstfahrenden Autos machen. Die Dinger würden nie auf die Straße zugelassen werden. Stell dir ja alleine vor, wenn die Typen von Arma 3 als normale Müllmänner in der Gegend rumfahren, Mann. Findest du auch überall noch? Oh, nur die Hälfte von deines Mülls mitgenommen. Oh, dein Müll ist wieder da nach dem halben Tag Server Mülltonnen restart. Ah, keine Ahnung. Dürfen nirgendwo arbeiten, die Leute. Nirgendwo arbeiten. Im Zirkus vielleicht. Was brauche ich für einen Code für die Experimental? Gar keinen. Du kannst einfach nur Deezing auf Experimental umstellen. Und Henrik 5 Euro überweisen. Mhm. Ich habe nur einen hier. Watt up, bro? Let's have some party. Bitches! Alter, der eine hat eine Gasmaske, oh. Voll Vorteil. Vorteil gegen die Tür. Boah, ich habe voll die Camouflage-Cappy, Mann. Bin unsichtbar. Oh, das wäre okay, wenn dein Mic nicht laggert, Univ. Penis, 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 Penis. Oh, mein Gott! Human-Heads mit laggiven Mic's. Bye-bye Mic's for internet, Fibs. What program is he using to join BR-Games? No program at all. It's just the AMA3 server browser. Oh, ich sterbe. Man streamst du mal. Die Sterne. Oh, die Sterne. Henrik war heute noch was anderes. Boah, mal gucken, ob der Spitäne wurde weltweit gesucht. Ja, der R ist auch cool. Machen wir die Gasmaske auf. Machen wir die Gasmaske auf einmal. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Oh nee, du, das ist richtig kacke. Okay, ich weiß welcher Spawn das ist. Ich weiß nicht, ob ich da gescheit ankomme in dem Camp. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Es sind so viele Leute unter mir, die haben viel früher gezündet. Warum? Wo holen die denn alle hin? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät gezündet, wenn ich da noch ankommen will. Warte mal, wo kann ich denn dann hingehen? Wir könnten einfach runterlaufen. Oh, da drauf geschissen. Erst auf die ganzen Leute. Und ich fliege 100 km h. Nee doch nicht 50, nur. Bremsen. 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 Ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles gut? See. Tschau, Ende Auge. Hm. Hm. Boah, davor läuft auch schon einer, ey. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir nach Girna runterrennen? Na, warum nicht? Probieren wir es. Hoffentlich läuft da noch keiner hin. Wenn da schon einer ist, dann haben wir halt ein Problem. Oh, bis dahin. MoinRD800, wie geht es dir? Oh Gott, scheiße. Scheiße, da fliegen ja auch schon ganz viele hin. Ah, fuck mal, neil. Was machen wir denn jetzt? Muss ich theoretisch einfach über die Map eiern. Oben ist es ein Haus. Und da oben wird der Typ wahrscheinlich schon hingelaufen sein. Wieso legst du dich hin? Please, CSGO. Nee, CSGO hat er wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ey. Wie der Penis überfährt mich. Im Lag. Nein, 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 oh, 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 fuck you, Alter, er hat mich gestreift, er hat mich gestreift und der Penis fällt um. Ich sag da nix zu, ich bin der armer Pro. Ich hab dir gesagt, dass ich der armer Pro bin, du Penner. Du bist von rein gerannt. Ja, weil ich ausweichen wollte, was soll ich machen? Soll ich den Berg hochrennen, der links neben mir war, wo der zwei Meter, Kilometer in die Stunde läuft? Ich hab halt gedacht, dass der nach links ausweicht oder so. Ah, ehrlich. Das spiegelt mir so auf den Sack, ey. Was ist daran, so schlimm groß zu schreiben? Es schreibt keiner groß außer du, das ist ein Entforderung, Vordergrundrängen. Und zum anderen, es ist eine Regel einfach, eine Regel. Und eine Regel ist eine Regel. L principalmente. Also, das ist eine Regel. Und da, in der Übersetzung. Ja? Das ist äh. theойд. Bad nicht. Was ist wahr. Die satisfy. Was ist das. Bein sagen. Daher. Vielen Dank.